Hallo meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Mist Survival Ich. Oh ja, ich höre sie rumschleichen. Naja, solange sie draußen rumschleichen, ist mir das relativ egal. So, hier haben wir nämlich sehr viel Platz, das ist sehr gut. Dann können wir hier ein schönes Bett reinstellen, mit einem kleinen Nachtschränkchen oder so. Fallen hier nicht mehr die Leiter runter. Theoretisch könnte man hier auch noch mehr zubauen dann, oder? Ich meine gut, hier sind überall diese Zäune, das ist ein bisschen doof. Aber man könnte, damit man nicht eben, damit man eben nicht runterfällt, könnte man hier alles noch zubauen. Aber dann habe ich unten lauter so Stäbe im Weg rumhängen. Tja, jetzt sitzen wir hier. Werkbank, kriege ich die da oben raus? Ich glaube nicht. Was kostet das denn, meine Werkbank zu bauen? 16 Holz, 14 Komponenten. Okay, okay. Aber dann habe ich keine Nägel mehr, oder? Aber dann hätte ich zumindest schon mal meine Werkbank. Und die dann, könnte ich dann die andere zerlegen? Kriege ich dann Nägel wieder? Die Frage ist, also die Schränke alle rauszuholen aus der Bute drüben, ist wahrscheinlich kein Problem. Sollten wir hinkriegen. Auch dieser kleine Schrank, den haben wir da herausgezogen. Aber die Werkbank, die ist, glaube ich, zu groß. Kann ich denn hier runterklettern? Ja, kann ich. Gut, dieses Holz hier, das stört jetzt nicht sonderlich. Theoretisch könnte ich jetzt mal ein paar Bretter sägen. Haben wir ja, hier haben wir ja genug Zeug. Die sollten ja hier eigentlich nicht reinkommen. Solange die Türen zu sind. Ansonsten stehe ich mal hier hin. Und dann säge ich mir mal ein paar Bretter. Wie viel brauche ich für die Werkbank? Moment. Moment. Werkbank, wo bist du? Da. Sechzehn. Sechzehn. Acht. Eine Stunde dreißig. Oh, unser Hunger. Oh, oh. Hunger. So. Hier ist alles gut. Okay, ich mach zuerst mal die Nägel. Halt, Moment. Hab ich Kumpel? Ja, hab ich dabei. Mal schnell hochflitzen. Vielleicht kann ich die auch. Aber ich glaub nicht, dass ich die da rauskrieg. Ja, jetzt machen wir erst mal Nägel. So, sollte reichen. Lass mal sehen. Oh, je, oh, je. Oh, je, oh, je. Oh, je, oh, je. Oder wenn ich's hinkrieg, hier drüber vielleicht. Oh nein, jetzt hängt sie hier drin. Oh, oh. Oh, okay. So, mal. Geil. Krieg ich die hier vielleicht drüber. Vielleicht, Moment, in die andere Richtung drehen. So, und dann hier irgendwie drüber lupfen. Ob das wohl geht? Oh, je, oh, je. Ich schau mal nochmal an, ob ich sie vielleicht dann doch hier irgendwie rausbuxiert bekommen. Ganz schlecht. Nee. Verdammt. Ich stell die erst mal hier ab. Okay, also die kriegen wir so nicht raus. Wie sieht's aus? Habe ich noch was zu essen? Nichts. Ich brauche dringend was zu futtern. Oh, oh. Oh. Da liegen ja noch welche. Noch einer irgendwo? Jetzt mach ich erst mal kurz das Ding da fertig. Komm schon. Ja, wunderbar. So, und? Können wir hochlaufen? Ja, guck mal an. So gefällt mir das. Okay. Okay, ähm. Muss was zu essen looten. Ich hoffe, hier liegt irgendwo was rum. Hoffentlich ist das wieder. Oder ist da wieder ein bisschen was respawnt. Nein. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Nein. Nein. Hier auch nicht. Na, komm schon. Da ist gar nichts. Die sind da immer noch drin in der Stinkewolke. Da ist auch nichts respawnt. Die drehen da drin voll durch. Ja, jetzt brauche ich ganz dringend was zu essen. Okay, weißt du was? Ich speicher kurz. Und versuch mir mal die hier. Ähm. Wie viele sind das? Aha. Man traut sich also nicht. Hallo. Hallo. Okay, den. Wow, der ist mal weggeflogen. Na toll. Hey du. Ähm. Nein. Okay. Ja, nee. So geht's nicht. Shit. Aber die anderen Häuser sind bestimmt auch alle. Oh nein. Shit. Ich brauche was zu essen. Oh nein. Jetzt habe ich diesen unfassbar langen Ladebild schon wieder. Und ich habe natürlich gespeichert, wo ich schon am Verhungern bin. Ich könnte Loot Refresh, könnte ich machen. Dann ist wieder Loot da. Hm. Dann wäre ja zumindest da wieder was da. Dann kommen wir zumindest vielleicht mal über die Runden wegen Essen. Oder so. Oder ich hole mir ein Hühnchen. Da laufen ja Hühnchen rum. Da könnte ich mir auch eins holen. Und dann vielleicht... Ah, scha, scha. Oh man, das ist aber auch übel, dass wir jetzt hier mitten beim Umzug am Verhungern sind. Ja. Wie sieht's? Mist. Mr. Survival. Mach doch mal. Das dauert immer so unfassbar lang. Oh, was ist mit meinen Haaren los? Oh nein. Was ein Haarkaus. Naja. Na los doch. Schnarch. Hallo. Boah, was ist nur mit dem Ladebildschirm los? Tag 10. Direkt vor der Hütte. Ja, nicht so gut. Denn wenn wir uns wieder spawnen lassen, dann kann es sein, dass Banditen da waren und uns die komplette Bude ausgeräumt haben. Und das wäre auch fatal. So, lass mal schauen. Wo sind wir jetzt? Ja. Vor diesem Haus. Okay. Ähm. Ähm, okay. Boah, was? Ja, bin ich denn bekloppt? Oh nein. Seid ihr bescheuert? Wo rennen die denn hin? Okay. Äh, geil. Alter Schwede. War eigentlich hier was drin? Habe ich hier vielleicht irgendwas... Irgendwas liegen lassen? Nein. Nein. Okay. Also kurz vor Zombies. Speichern ist eine ganz schlechte Idee. Ich habe auch die Munition abgelegt, ne? Wobei ich eh nicht mehr viel Schuss habe. Aber für so ein Hühnchen könnte es reichen. Sechs Schuss. So, pass mal auf. Jawoll. Komm, noch eins. Komm schon. Oh, ich verdurste auch. Ja gut, das ist kein Problem. Trinken ist nun wirklich kein Problem. Da ist eins. Da, doch, drüben. Jawoll. So, schnell. Schnell nach Hause. Schnell grillen. Boah, also das ist ja übel, wenn die Zombies dann plötzlich auch obdachlos sind. Ja, dann sollte ich das vermeiden in der Nähe von Zombies zu speichern. Definitiv. So. Hier haben wir jetzt gar kein Zuhause mehr. Oh. Ich bräuchte auch Feuer, Holz. Äh. Scheiße, schnell. Schneller. Haben wir nicht hier irgendwo Feuerholz gehabt? Um die Ecke? Ne, nur so groß ist. Oh nein. So, ich weiß, ich habe den Baumstamm da draußen. Aber das ist jetzt hier gerade echt, äh, wow. Ich muss mal ein paar Sachen auch ablegen, ne? Äh, komm, ich mach mal. Ich drücke mal. So, das erst mal ablegen. Wie viel, wie viel Holz kriege ich denn dafür? Feuerwood. Ah, Moment. Ich mach das tatsächlich draußen. Draußen an meinem Baumstumpf. Wir müssen ja eh da hin. Stump. So, äh, Firewood. Fünf Stück. Zwei Minuten. Easy. So. Feuerholz. Rein. Zünder, zünder habe ich. Harvest. Harvest. Hä? Ah, jetzt geht's. Ja. Hau rein. Es regnet. Okay. Das hauen wir auf den Grill. Und anzünden. Nochmal probieren. Okay, gut. Schnell essen. Animal Fett. Brauchen wir dann zum, äh, zum Einschmelzen. Ja, hab ich schon alles voll. Verdammt. Okay, ist noch roh. Ich pack das mal, das Fett mal hier rein. Medium. Äh, ich hätte es gern gut durch. So ein wildes Hähnchen. Da ist, glaube ich, besser, wenn man es gut durch hat. Jetzt. Ja. Sehr gut. Runter mit dem Zeug. Das eine hier noch drauf. Und schnell essen. Und nochmal essen. Oh, das ist schon verbrannt jetzt. Ah ja, egal. Geht trotzdem. Alter Schwede, ist das, ist das aufregend. Mein Herz. Sowas macht mein Herz nicht mehr mit. Okay, dann essen wir das auch. Und das auch. Ich muss, ich muss, äh, nochmal speichern, wenn alles, alles im grünen Bereich ist. Sonst funktioniert das nicht. Hunger ist voll. Durst. Machen wir auch noch. Dementsprechend. So. Hunger ist da. Durst. Äh, Hunger ist gestillt. Durst ist gestillt. Dann hauen wir das Ding auch noch auseinander. 17 Uhr. Die Nacht kehrt ein. Wie sieht's aus mit Feuer? 37 Minuten. Ob das noch reicht? Hoffen wir es mal. Denn roh kann ich die Dinger auch nicht essen. Passt hier noch? Oh. Die Federn passen noch rein. Ein bisschen Fett passt noch rein. Dann mache ich eben hier auch noch Fett rein. So. Ja, wir müssen eh die ganzen Dinger rüberbringen. Der große Umzug steht an. Medium. Oh, ist das alles spannend. Da gehst du schier drauf. Beziehungsweise, da gehst du drauf. Also, dass die da plötzlich auch so komisch da hocken ohne Haus. Das ist schon hart. so, komm. Werd noch fertig. Das wird, glaube ich, ziemlich schnell fertig. Hier können wir nix mehr ranpacken, ne? Mist. Nebel. Nacht und Nebel. Quasi an der Nacht und Nebelaktion. Komm schon. Ja, da draußen stiefeln sie schon wieder überall rum. Wie sieht's aus? Hier haben wir noch ein bisschen was. Da können wir auch füllen nochmal. So, den fülle ich mal noch nicht. Den müssen wir ja dann mit rübernehmen. Okay. Verfassung. Schlafen. Ich weiß nicht. Könnte schlafen. Hier hätten wir dann nochmal was zum Essen für morgens. Das Feuer ist dann... Ja gut, das Holz ist sowieso weg. Oh, schön. Das hier in den Weg steht. So, ich guck mal, ob ich schlafen kann. Mal zehn Stunden. Ja, geht sogar. Sehr gut. Hunger und Durst ist es wieder voll da. Drei Uhr, vier Uhr, fünf, sechs, sieben. Nochmal. Sechs. Nochmal zwei Stunden. So. Sechs Uhr morgens. Erstmal lecker Hähnchen essen. Und nochmal eins. So, und trinken. Und dann muss ich erst nochmal speichern. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ganz hüberlich. Okay. Äh, Hunger. Ja gut, ein Strichler ist noch da. Aber das sollte nicht stören. So, wo ist das? Erstmal. Ach ja, man muss immer zweimal Escape drücken. Warum auch immer. Safe game. So. Okay, ähm. Hallo Welt. So, wir flitzen mal rüber. Also, wir können jetzt hoch. Und wir haben hier schon ein bisschen Schränke. Also würde ich sagen, wir schnappen uns jetzt erstmal ein paar Schränke. Und ziehen die um. So, das da auch. Komm mit. Du komisches Ding. Okay. Kann ich rückwärts? Kann ich nicht rennen, ne? Das muss auf jeden Fall mit umziehen. Rotieren, rotieren, rotieren. So. Oh, das rotiert ganz schön langsam, das Ding. So, ne? Machen wir mal hier hin. Place item. Ja, wunderbar. Gefällt mir gut. So, aber was wir jetzt erstmal machen, ist eine Folgenpause. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt, Time to play Miss Survival. Bis dahin macht es mir gut. Tschüss. Unheilgrad nochmal abgewindet.